Hallo und willkommen zu einem weiteren Parts Platoon 2 online mit Miko XC und ich sehe hier gerade bei uns sind wohl ist wohl einer geflogen richtig geil Leute voll gut natürlich sind wir wie ein Gegner-Team, das ist natürlich dann klar da fangen die Runden schon wieder richtig gut an Leute, das ist so so fangen die Runden richtig nice an ich glaube ich habe meine Mainwaffe gefunden, irgendwie sind die Dual-Dinger voll geil, ich hab dich immer unterschätzt irgendwie das Rollen ist halt Killer, ne? ja es geht ja gut, das ist jetzt nicht so ist, geht relativ allerdings sie haben den geilen Schuss-Tradius Jum, Jum, Jum nicht immer so künftig machen so, so, aber nur rückwürdig Jaja, nichts ist mit dem scheiß Raketen, aber ich darf nicht vergessen, das ist natürlich hier voraussetzt hast du jetzt schon mittlerweile mit B-Rang gemacht oder so, damit du mal hier äh, äh, Rangkampfe mehr spielen kannst, weil wir auch immer nicht mal Rangkampfe mehr Ja, aber wir können, äh, wir können auch kein Rangkampf zusammen spielen, du kannst jemanden im Rangkampf nicht joinen doch, Liga! ach, Liga-Kampf, äh, ne, den hab ich, ich hab da noch nichts gemacht ja, ist ja okay, ich hab schon ein bisschen gespielt, deswegen wollte ich halt den Nütz dann irgendwann mit dir zusammen vielleicht sollte ich das wirklich mal tun und ein bisschen was machen ach, wo war ach, das geht nicht! 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 scheiß, ich dachte, ich kill dich damit, aber nein, dann halt nicht! gut! gut, gut! oh, gut game! Scharfschütze, alter! gg tschüss! nein! aber wir halten uns echt gut für'n 3er-team, muss man ja schon sagen aber euer Team war ganz, euer Team war ganz stark, also alle Foten waren nicht mein Team Schatz sieht echt aus, ne? ist so geil! jetzt, eben, letztes paar, deine Kuh voll, äh, Megapack! ja, so scheiße ist dein Team, so scheiße ist dein Team jetzt aber auch nicht! Jo! wie, wieder zur Hölle? was?! Gareth! lass uns doch mal bitte, du! wieso bin ich gestorben? ich war doch hinter der Wand! naja, Scharfschütze leckt! euer Scharfschütze hat übelst ein Leck drinne, alter ost! ja, alter, 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 alter! und wir haben sogar zwei davon, das ist so lustig, ne? ein guter, leckender Scharfschütze, ja! ja, solange, solange die, äh, bei wieso soll ich auf dein phoenix leckt auch da hat mir ja genau oh man wir haben einen roller wir haben sogar einen roller spieler ja einen roller sogar noch der fährt wenn der halt was wenn der halt auch was mit dem dünner roller er könnte dann würde wir locker gewinnen also manchmal frage ich bin ich so echt am zweifeln was zur hölle was ist denn hier los das frage ich mich auch oh alter wir waren sogar als dreierteam richtig gut ja für ein dreierteam waren wir richtig aber trotzdem wir waren für ein dreierteam richtig sauber alter ja er war echt gut aber hat natürlich gereicht ja guck mich mal an alter ich hab fast wieder an kills kills mehr als mein gesamtes team fast wie lächerlich ja so ist das halt ja so ist das halt yo gut dann bis zum nächsten Kampf bis zum nächsten Kampf ach ja die Stürwerft ich finde ja dass sie ein bisschen stört joa ich auch was soll man machen wir haben irgendwie wir haben irgendwie kein Glück mit den Teams ne das ist echt echt komisch aber sobald wir eine fucking Challenge machen sobald wir eine Challenge machen und irgendwie behindert sind dann dann sind wir natürlich im Team dann werden wir uns dann geschmissen na komm auf jeden Fall dann werden wir kriegen wir ja dann werden wir müssen auch unser Skill zeigen meine Frage an euch Leute was haltet ihr eigentlich so von Cuphead schreibt das mal in die Kommentare weil Cuphead ist ja im Moment in aller Munde und selbst in Splatoon heulen alle Leute rum dass die Cuphead für Switch wollen wieso also nicht wieso dass die Cuphead in aller Munde ist ich meine wieso bin ich gestorben dein scheiß Ding ist leck was kennst du was ich gerne hätte jetzt das hat jemand bei Game One damals angesprochen die Faust aus dem Nichts ja genau kennst du die ja ja weißt du was ich jetzt weißt du was ich jetzt gerne hätte Leute weißt du was ich jetzt gerne hätte Leute die auch mal was auf dem Kasten haben ne die Faust aus dem Nichts hätte ich gerne manchmal irgendwo in Japan kriegt auch hier irgendwo die Faust aus dem Nichts in die Fresse ja eben so sollte es da oh Gott irgendwas will mich mach mich so da zur Hölle irgendwas will mich hier doch umbringen ey ey ja ich will dich umbringen ich warte gerade auf dich echt? lol ja ich hab gerade tatsächlich warte du warte du warte du warte du warte du bist rechts gewesen wie geil das ist echt nicht nett das ist wirklich nicht nett ich find das voll unfair ich find das richtig fair du hast voll gecheated du find das fair ja aber total echt? warum sollte ich das nicht fair finden echt? also nicht dass ich dir das nicht ne? du solltest mir das mal gönnen du solltest mir das mal gönnen ich gönne die Kassi alter nein noch dieser scheiß fucking Sniper jaa danke Sniper haha und dann nennt er sich auch noch cool ja natürlich er sollte sich weißt du was du bist Sniper du bist nicht cool er hat mir immer in das Leben gerettet hhhhhhhhhh was ist denn hier los? haha mein Team suckt ja alter ist die zweite Runde ne? und mein Team ist richtig schlecht das wundert mich aber gerade auf dein Team ist richtig grottig alter lol wo kommt der denn? lol lol mann ich komm halt nicht dazu dieser fucking Sniper geht sterben alter ja die Spreer geht die Faust aus dem Neck dein Team suckt aber auch gerade halt übel ne? ist ja schon lächerlich ja was soll ich denn machen ist ja echt ekelig ist ja schon lächerlich jups ha petter oh god fuck ich ich hab keine Tinte mehr alter ja es läuft halt so gut es läuft so richtig gut aber das habt ihr gewonnen glaub ich weil die letzten Minen haben euch den Sieg glaub ich geschenkt oder? nee guck mal es ist viel zu viel Geld man viel zu viel Geld ja aber uuuh uuuh das war knapp what the hell alter das war richtig knapp nice haben wir euch abgezogen alles dank mir alles dank mir mein Skill unser Skill du wirst auch krass ja also man kann auch die ganze Zeit abhauen aber was ist das ich mal ne? ich geh jetzt jeden Gegner im Nieskampf aus wilch und fähre nur ein gut dann bis gleich Ja, wir sind beim gleichen Team. Und du? Oh, dann konzentriere ich mich sogar jetzt. Geh extra auf Seite. Ja, genau. Und ich werde dir lassen. Richtig. Gut. Aber unser Johannes steht bei uns in der Base. Die macht gerade gar nichts. Oh, jetzt macht sie sich. Vielleicht hat Mami gerufen. Alter, sie ist bestimmt richtig gut im Bett. Entschuldigung, wir spielen hier mit Minderjährigen. Es tut mir leid. Ja, genau. Wir sind ja selber noch minderjährig. Das darfst du nicht vergessen. Ja, wir sind auch noch minderjährig. Auf jeden Fall sind wir minderjährig. Kommt ja gar nicht anders, ne? Wir sind auf jeden Fall noch minderjährig. Das bleibt ja nicht aus. Das ist ja heutzutage normal auf YouTube. So? So? Ja, so macht man das. Nächstes. Ich bin zu gut zu spät. Ich färb einfach ganz gemütlich alles ein. Einfach gemütlich alles ein. Ich muss sagen, Leute. Der Tomlischwapper gefällt mir echt gut. Aber in den nächsten Parts, in der nächsten Woche werden wir auf jeden Fall wieder die Waffe wechseln. Ja, wir werden uns immer regelmäßig die Waffen wechseln. Das bleibt ja nicht aus. Ist auch ein bisschen langweilig. So, ich wollte den Gegner aus dem Weg gehen, ja? Warum? So, ne, färben. Aber wenn der Gegner schon rumher... Alter, der Sniper. Haha, oh Gott. Will halt Snipern. Föne nix. Nope. Nein, fuck. Uhu. Töte ihn. Piu, 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 piu. Piu. So, so, so. Piu, 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 piu. Piu, piu, piu. Alter, der ausgewicht ist. Alter, der ist doch richtig übel. So ein richtiger Skiller ist das. Der ist doch richtig hart ausgewichen. Mann, warum deckt mich keiner? Oh Mann, Phönix. Was soll denn das? Du Wichser. Überall hier Tauben. Das macht mich wahnsinnig. Ich glaube, ich spiele hier gerade mit dem Sniper. Piu, 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 piu. Fuck. Ich kriege den halt nicht tot. Wo ist er? Piu, 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 piu. Der Sniper versucht wegzulaufen. Ja, er ist tot. Sehr schön. Ich hasse diesen fucking Snipey. Der so auf einer Pool macht, ja? Das ist ja cool, ne? Er denkt, er ist ein Bestial. Denkt er. Aber ich färb einen. Nee, ich spiel. Ich würde mich eigentlich ums Einstein mit uns gehen. Auf Wiedersehen. Aber jetzt färb ich ihn eigentlich. Pool ist down. So gut wie du das. Ja, nein! Als wenn! Dieser fucking Klecksroller springt die ganze Zeit wie so ein Behinderter durch die Welt, Alter. Was denkt er, wer ist? Stirb doch! Wario! Stirb! So, ich töte die... Wich so denn, Hölle? Sei doch froh, ich töte die ganze Zeit die Sniper in ihrer Base. Ach so, das ist natürlich gut. Das machst du. Sehr gut. Ich musste ja... Ich konzentriere mich aus dem Einstein. Oh Gott, nein! Scheiße! Ich... Warum zur Hölle? Keine Ahnung, aber... Wie schnell sind die immer? Aber wir haben gewonnen. Wir erstrahlen im hellblauen Licht. Im hellblauen Licht? Nee. Nee, also blaues Licht habe ich oft genug, weil ich die Playstation anmache, der Leuchtkontroller leuchtet. Ja, glaub... Lass dich bloß nicht vom blauen Licht verführen. Nee, nee. Verführen. Das Gold, das Gült... Das güldene Licht vom Breath of the Best heißt dich immer willkommen. Oh Mann. Du weißt schon, dass ab und zu mal vielleicht hier einer von den Konsumbrusten hier reinguckt. Ist mir doch egal. Ah gut, dann... Dann bis gleich. Bis gleich. Ja, bis gleich. Ja. Boing! 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 Ja. Boing! Und wieder im Gegnerteam. Natürlich haben wir nur einmal das Glück. Und du hast die beiden Sniper. Aber wir haben ja beide Sniper im Team. Das wird eine richtig witzige Runde. Egal, ich färb nur... Ey, jetzt! Jetzt, dass du im Gegnerteam bist, kann ich ja wieder auf Kills aufgehen, ne? Ja, ne, ist klar. Gleich mich töten wollen. Hier. Ne, ne. 1A, natürlich. Finde ich nicht. Muss ja. Man muss noch ein bisschen Spaß haben. Man muss noch ein bisschen Spaß haben. Ja, ne, das ist kein Spaß. Warum ist hier schon wieder alles blau? Warum ist hier alles blau? Weiß ich nicht. Kann ich dir auch nicht beantworten, aber ich bin gar nicht so gut wie tot. Nein! Ich hab grad versucht, den Sniper zu zündern, aber irgendwie weiß ich nicht. Irgendwie ist das behindert hier. Ihr habt nur zwei Sniper. Ja, das waren dieser scheiß fucking SVD-Typen. Da haben wir alles gerade noch wieder high. Da haben wir richtig hier gepissen, Alter. Ja! Was ist mit dem denn los, Alter? Wie so ein Gestörter, Alter. Denkt er so, Alter, ich bin ja auf YouTube. Ich bin der geilste auf YouTube. Ich bin der geilste auf YouTube. Ich bin der geilste. Ja, bei mir ist es nicht anders. Ich hab auch noch kaum Kills gemacht. Nur zwei Stück oder so. Was soll denn das? Ja, mich hast du nicht. Der muss gleich in der Teele. Ja, danke. Ja, du scheiß I-Y-L-Typ, Alter. Schorn, ey. Mann, wieso treffe ich denn nie jemanden? Weil du kacke bist. Fucking Piss-Sniper da oben. Sterb. Piss-Sniper-Sniper. Meine Fresse. Macht doch mal was hier, Leute. Wieso machen die Leute nichts? Sehr cool. Ja, genau. Du tötest mich. Ja, stirb doch, Alter. Genau so richtig gemacht. Meine Fresse, Alter. Das fucking... Nein. Mann. Oh. Oh, lauf da dir bei. Oh, der Bö. Mann, die können halt einfach nichts. Lo-lo-la. Ja, das ist genau so. Wenigstens killt dich der Sniper dann weg. Oh, Mann, ey. Oh, Mann. Ja, das ist ein wahres, ja. Was ist ein Park? Meine Fresse, dieser scheiß Wichskopf, Alter. Hör doch auf, rumzuhören. Mein ganzes Team ist gerade krepiert. Ja, verdient. Ja, nicht verdient. Doch, die Faust aus dem Nichts hat mich getroffen, wahrscheinlich, in diesem Moment. Mann, triffst du auch. Nein. Putz, putz. Nein. Diese Leute, ey. Haben wir gewonnen, haben wir gewonnen, haben wir gewonnen. Yes, sieht sehr gut aus für uns. Und, 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 was heißt das, was ist jetzt? Es ist 46 Prozent, natürlich 1 A für mich, also ich bin der Beste. Ah, yeah. Wer hat gesackt mit meinem Team, abgesehen von mir, weil ich eh nicht viel einfärben kann. Ja, cool, natürlich. Mit einem Kill, Alter. Cool, der Sniper, ne? Der schlechte fucking Sniper hat einen Kill gemacht, nämlich nicht, Alter. Ich bin da vollidiot. Und ich dachte, wir hätten den guten Sniper. Nein, wir kriegen den Kack-Noob, Alter. Ja, gut dann. Dann machen wir weiter, ne? Ja. Wir haben noch zwei Kämpfe vor uns. Bis zum nächsten Kampf. Dies stört, werft schon wieder. Schön, und diesmal haben wir sogar wieder Prominenzen dabei. Nicht aus Kunuogaku oder Sunogaku, nee. Sora. Nee, wir haben Sora von der Schicksalsinsel dabei hier. Ja, ja, von der Schicksalsinsel. Ihr wisst schon, der Typ der Allergy besucht. Ganz grob gesagt. Der Typ, der Allergy's bester Freund ist. Ja, Allergy's bester Freund. Und er ist auch ganz, äh, nun vom M.A. Ah, Bulamulans bester Freund. Und dem ich kenne, ist das so schön. Oh, Mann. Wieso? Ich hab die doch getroffen, Mann. Was soll denn die Scheiße? Ja, versucht halt, mich zu töten, ne? Hier, fress dich hier. Loll. Loll? Das sollten wir eigentlich locker verlieren, weil wir haben nur den Roller, der gut einschärfen kann. Loll. Loll? Loll? Dieser fucking Sniper-Kleckskonzentrator-Missbehinderter-Stück. Du weißt schon. Ich weiß schon keiner, was er sagen sollte. Beziehungsweise sagen wollte. Ich wollte, man beleidigt ja keine Leute, meine Leute. Das macht man ja nicht. Denn jeder, jeder, jeder Spieler hier in diesem Let's Play... Dein Ding sein. Dein Ding sein. Und dein Ding sein. Hey, weißt du was? Das muss man piepen, ne? Ja. Leider, das muss ich hart piepen. Glaube ich auch. Wollen wir ein bisschen piepen? Ich hab alle drei getötet, Alter. Alle drei hab ich getötet, Alter. Alle drei von euch. Einen Schuss machst du bei mir? Bin getötet, als wenn. Das kann ich nicht glauben. Und akzeptiere keiniges als rechtlich. Als wenn du... Das war grad der Hattrick, Alter. Richtig hart. Ich hab grad einfach alles vernichtet. Nee, kein einzigen Pilger, wo ich richtig geilen stand, Alter. Man muss ja auch ein bisschen auf den Barrikan gehen. Man muss rauf da auf die Gegner. Ja, eben. Und dann richtig so ein bisschen fisten. Und dann schön dann tinte reinspritzen in die Anus, Alter. Du bist so ein Lappen, als wenn ich nochmal drauf rein paille. Lolololololololol. Hahahaha Als wenn er mich sieht Schöne Sache Als wenn er mich sieht Das war grad so gott nice Wieso ist mein ganzes Team wieder tot gewesen Hör auf Navi Mario durch die Gegend zu stoppen Als ob ich darauf reinfalle Sollt alle mich treffen Haha Pech gehabt ist bester Yes mitgenommen Ich schreie ein bisschen ich weiß So laut sollte ich nicht schreien Oh mann Sora mit seinem scheiß Blaster Alter Ich reiß dir jedes einzelne Körperteil einzeln raus Mein ganzes Team ist schon wieder tot Die Leute können halt gar nichts Hä Hahahaha Tschüss Sora hat übrigens bald ganz Wieso sagt ihr in der letzten Sekunde alter Was ist los mit dir? Keiner ich hab grad drei Leute getötet noch vor Ende von euch Hintereinander weg ihr wart alle kacke Ihr wart richtig gut aber am Ende wart ihr richtig kacke Macht halt nicht viel Gut einen Kampf machen wir noch Bis gleich Und das Korallenviertel Yay Ich hasse dieses Ding Wir sind in der letzten Runde im selben Team Nice Alles klar Nice Okay jetzt müssen wir unser Bestes geben Komm jetzt zeigen wir einmal den Zuschauer Was es heißt Wenn man uns zuguckt Unser schönes Spiel Unser Geil Das Spiel war nicht zu sehen Wie der halt richtig geil Was skillig ist Gilt To, 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 to So Ja Hinter mir Yeah Hinter mir Yeah Nein Scheiße Alter Man Recht von dir Ich glaub gar nicht das Carlo Den mit hinten Typen kann ich ja sprechen wie ich möchte Hört mir ja nicht zu Aber der hat geskillt Der hat geskillt Aber der fährt hinten ein Warum auch Unser Team ist natürlich wieder scheiße Allerdings reißen wir jetzt natürlich wieder raus Nein Der Scharfschützer hat nicht erwischt Wir sind Luana Alter Man Ja der ist echt eklig Zieh dir deine Puschnaden Gott Genau Zieh dir deine Puschnaden Jetzt läuft hier mit Schuhe rum Wobei LOL Wie am Schwenden Wo kam der denn her Luana gehörte in die Küche und nicht bei Splatoon Alter Genau Denn wozu haben Frauen kleine Füße Dann müssen wir am Herd stehen Ja jetzt hast du jetzt gesagt Ja ich Natürlich bin ich wieder hier sexistisch ne War ja klar Du bist der sexist leider ne Was mit denen los alter LOL Auf jeden Fall So Ähm Da hat einer Piu 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 Kann man eigentlich nie irgendwie vergehen Auf die Gegnerseite gelangen Ne kann man nicht ne Ne leider nicht Voll dumm Bum 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 Yeah Nein da ist ja noch einer Ja du meinst da war noch einer Problem hat aber ich glaube da sollte man aufhören Das ist ganz böse Krozi So jetzt müssen wir hier Ja schön Wär ich weggekillt alter Nein Oh Natürlich Komm von hinten Das kannst du am besten ne Pussi 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 Puss 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 Ich dachte eigentlich wir sind richtig gut aber sind wir eigentlich richtig kacke alter Wie ich hier ab Wie ich hier abskille alter Ja ich auch Trotzdem wäre ich geschehen Nein Jetzt genau in diesem Moment Was ich bin der einzige der noch lebt Der muss ich sagen ich skille ab alter Oh ich skille natürlich hier richtig krass ab alter Was ist hier denn los Bad Boys steht nur in der Base rum Yo Mann Wieso das müssen wir Mann Wieso Mann Ihr alle verrückt Ihr seid alle kacke alter Was könnt ihr denn Oh Mann Wieso denn alter Ist doch nicht wahr Höchst dir der Sniper da oben Konzentrier dich aufs Einfärben man Oh man Natürlich Oh da kennt der Roller Ich geh genau in die Zielfeldrohr ein alter Das ist nicht wahr Wichser Wichser Dieser Spasti Mann Wir sind ja kreativ was was wir angehen Wenn das mit Beläidigung angeht Mann Ihr stirbt doch Dieser scheiß Bastard Oh man Ich hasse diesen Sniper alter Gott sei denn in der nächsten Aufnahmen bin ich dann wieder nicht dabei alter Ich geh Ich geh Ich geh Wie hieß der Sniper Wie hieß der Wie hieß der Keine Ahnung Wo ist das Wo ist der Wer der heißt Carlos Moment 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 Gehen der Heißt der Heißt der Heißt der Heißt der Heißt der Heißt der Luana Alles klar Luana Wir gucken mal Ey Wie Freundin hinzufügen ist nach Nutzen Äh Nutzer mit denen gespielt wurde Hier ist eine Liste Der Nutzer mit denen gespielt wurde Ey Luana wo bist du Die Die Steht gar nicht hierbei Doch Stattie doch Da vorne Oder Man muss ein bisschen live Bisschen hier Ne doch nicht Okay Dann ist die wahrscheinlich Noch ein Kampf nur Ich guck erst nochmal Ganz ehrlich Jetzt müsste ja Jetzt müsste sie ja in dieser Liste aufgetaucht sein Dementsprechend Müsstest du sie blockieren können 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 Denn Mit unfairen Spielern spiele ich nicht Wo ist die denn fucking denn Ne Da Wie viele Stunden hat die denn gespielt Gemeinsam gespielt haben ja Man sieht das nicht Na gut Wollen wir sie mal sperren Das ist ja nicht wahr Man kann ja Man muss ja auch mit Leuten die kein Skill haben Muss man ja nicht normal spielen Ne eben das muss man nicht haben So Übrigens die ganzen CST-Typen Habe ich übrigens alle schon Offscreen gesperrt Also nicht wundern Naja Leute Ich würde mal sagen So Vielmehr weiter in der Übertragung Nice Gut Ich würde mal sagen Joa Das war's dann für diesen Part Wir sind alle traurig Aber ihr habt uns nächste Woche ja wieder Und Denke ich schon ja Wenn wir nicht gestorben sind Erleben wir eine Rolle Oder wir sind gestorben Also erwartet da nicht zu viel Aber Kannst du natürlich haben ne Ja Natürlich Wir könnten ja auch Pech haben Ja Wir könnten ja auch Pech haben Und während unserer Longboard Tour Einfach greifieren Während unserer Longboard Tour Ja Kann natürlich sein Wenn wir zu wenig Geld von euch kriegen Können wir uns halt nichts zu essen kaufen Genau Also es hängt an euch Unser Leben Naja Leute Also pass auf Naja Leute Ich würde dann sagen Wir sehen uns im nächsten Part Gut Haut rein und Tschau Tschüss Vielen Dank fürs Zuschauen bei Splatoon 2 Online Mit Miko XC Wenn es euch gefallen hat Dann lasst doch einen Daumen nach oben da Und schreibt mir in die Kommentare Was ich besser machen könnte Oder welche Projekte ich sonst noch starten könnte Wenn ihr keinen Part mehr von Splatoon 2 Online Mit Miko XC verpassen wollt Dann drückt doch einfach auf den nächsten Part Oder auf die Playlist Um alles automatisch abspielen zu lassen Sollte der nächste Part allerdings noch nicht hochgeladen sein Dann drückt doch auf den Vergiss nicht zu abonnieren Button Damit du nichts mehr verpasst Nochmals vielen Dank fürs Zuschauen Und ich hoffe wir sehen uns beim nächsten Mal wieder Tschüss! Tschüss! Tschüss!